Einen wunderschönen Dienstag. Ich bin heute hier am schönen Wolfgangsee und nutze die winterliche Stimmung mit etwas Sonne, etwas Wolken und einem spiegelglatten Wolfgangsee, um ein paar Aufnahmen zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin hier in Fürberg. Das ist eine kleine Region in der Nähe von St. Kilken am Wolfgangsee. Hier geht der Wald bis zum Ufer und im Sommer kann man hier recht angenehm baden. Hier in der Nähe ist das Hochzeitskreuz bzw. das Ochsenkreuz. Das Ochsenkreuz ist ein kleines Kreuz, eine kleine Kapelle, die auf einer ganz kleinen Insel im See steht. Und das Hochzeitskreuz ist ein kleines Kreuz, eine kleine Gedenkstätte, die direkt am Ufer hier ganz in der Nähe da vorne steht. Da gehe ich jetzt hin. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich bin hier in der Liebesbucht. Die Wolken haben zugezogen. Heute wird keine Sonne mehr herauskommen. Aber auch ohne Sonne haben wir wunderschöne Stimmungen. Okay, wir haben es für heute. So ruhig ist es im Sommer, wir definitiv sind. Musik Musik Musik